was soll ich denn sagen mein level ist scheiße naja ach komm wir waschen das jetzt hier kein bock dann wasch du das mal wieder gestorben du bist nicht gestorben ich habe ja noch gehört gehabt da stehb du erstmal na komm mal da ist Fabi oh ja der ist äh hat er mich angestet ne ne ist eigentlich gecheckt na wie kommt es schnell wann 24 genau gerade eben jetzt hat er getrennt hm wir sind gerade am aufgehen ja hab er ja bürt wenn er ganz total ein bisschen rumhängt naja ich weiß auch mal da kann spielen hm ich will entschuldigen ich will das halt jetzt nicht ach das war der falsche durchgang ich weiß da lang aber das kommt gut auch mal auch mal ja es kommt es ist Kann das sein, dass das Level gerade irgendwie immer wiederholt? Das wiederholt sich auch mehrmals. Wow, er hat es geschafft. Ja, ich sterb vorher noch. Irgendwo kommt dir so ein scheiß Geisterfass, was mir wieder voll auf die Eier geht. Siehst du? Meinst du das? Ja. Hasse es. Hasse dieses Spiel. Level. Das ist kacke. Ach, ich wollte auch mal wieder ein Spiel joinen. Spiel reingehen mit der Maus. Ja, ob und so. Denkst du auch, hey, Controller geht nicht? Ging doch vorher. TNT. Bei Centos macht's bumm. TNT. Dein Gesichts macht's bumm. Hm. Du mich auch. Bumm. Oh, er hat ein Con. Ein Con. Ist es ein Illuminati für Con-Krafter? Hm. Lass uns gerne über Mystery anrufen. Bumm. Bumm. Special Effects. So ein Arsch, der lenkt immer ab. Special Effects. Wir müssen Spasti. Ich weiß. Ein Oberspasti. Die ganzen Abonnenten, die wir nicht haben, wir nur unterschreiben. Nee, Spasti ist ne Beleidigung. Was soll ich machen? Was sag ich darauf? Ja, ist klar. Ich hab Meinungsfreiheit. Du nicht, ne. Ich hab Angst zu drücken. Ich hab Angst zu drücken. Ruhig. Nein. Du bist so ein Spaß, die drückt doch endlich. Okay. Ich hab also gesehen, ich hatte Angst. Ich hab doch behindert. Nein. Da ist auch nur das N, ne? Du brauchst aber nicht. Komm, dich bräuch' auch nicht. Nein! Nein! Oh Gott, ey. Wow, 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 Jungs. Ja, ist gut! Chillt doch mal beide! Homophob mit der Faust. Nein! Was ist das Problem? Das bleibt nicht immer so gleich mit dem Rhythmus. Ich weiß, das ist widerlich. Geh weg. Och Gott. Diese Fässer, ne? Ja. Was mit denen? Die sind doch ganz niedlich. Ganz niedlich. Ja, was? Die Special Effects von Donkey Kong. Welche? Und er stirbt? Äh. Äh. Das ist fast immer gemacht. Und hier die aus dem Special Effects an. Aha. N! N! Nennennennennennn! Nennennennennennennennn! Nennennennennennennennennn Oh, da ist wieder laut G. Wir haben das mal nicht mal da wieder. Dwarf mal nicht? Bist du früher jetzt? Ach so. Aber du hast wenigstens... G! für nicht geschafft ich will nicht doch spring einfach ich will mein sicherheitsfass mitnehmen das gibt mir sicherheit scheiße es gab mir sicherheit sicherheitsfass nein es gibt mir sicherheit jungs nein es gab mir sicherheit der flech hat einen verdammten knall aber irgendwie verlierst du da einen dauernden donkey ne schild beide tschüss da kann ich nicht sicherheitsfass das war noch gar nicht ich hatte mein sicherheitsfass doch dabei aber du hast aus dem takt gebracht die beiden hast du gesehen aber ich habe noch mal ein sicherheitsfass dabei naja wenn ich jetzt sage worum ich das mitnehme jetzt hast du bist behindert bist du auch nein ich nehme das nur mit wenn ich zum beispiel wenn du läufst dann rollt er sich ja mit dem fasst machst du es nicht da läufst du automatisch schneller du bist behindert ne bin ich nicht bin nur clever das wolltest du auch nur hören dass ich das sage doch das bleibe ich mich immer die ich vergesse jedes mal das tier wenn er ein wichser war danach kam der nächste wichser danach kam noch ein wichser mhm und zwar zwei stück in der kombination mit duggie bees komm wenn das jetzt schaffst hast du gewonnen das ist so weit er dachte sich auch so nö heute nicht du noch nicht ach jetzt mal aber du bist schnell durch jetzt noch zwei drei level vor dir sicherheitsfass rette mich das tut weh was das bescheiden ist das ist mein sicherheitsfass das ist wirklich mein sicherheitsfass und drei davon hast du ihn kaputt gemacht sicherheitsfass jungs weg ein sicherheitsfass so funktioniert spring spring wow er hat es mal geschafft ohne ein donkey da zu verlieren sicherheitsfass ja du kommst du mit bist du meine sicherheit und jetzt lauf durch da ist irgendwas unten das ist die nicht geschafft nicht geschafft nicht geschafft das spiel